so weiter geht's so ja günther gut gemacht das wird euer letzter fehler sein jetzt stellen die gleich irgendwie pvp und machen uns fertig so jetzt eine neue nebenquist das mal die machen sie besorgt aus dann ist noch immer unterwegs um mannestert unsere 10 forderung zu überbringen vielleicht könntet ihr da draußen nach ihm sehen und herausfinden wieso er so lange braucht die kathedrale braucht ihr geld ok noch eine question auch da oben in der kathedrale ist die hauptquest so müssen wir dafür hin wenn ich in die richtung ich suche gerade nebenquist da oben war da nicht hin dass er blau oder nicht ich habe ich habe auch verkauft gesucht aber irgendwie habe ich gefunden der karte ist ein blaues symbol bei mir da in der richtung ja das ist ja normalerweise golden oder so nicht solange ich in der stadt bin glaube ich kann immer noch nicht angreifen hier ist wieder dann jetzt wieder sein gebiet kreis auf der karte schwert ist es hier ist es ja immer noch chillig bei getreten unstillbarer hunger da gehe ich nicht allein rein schwert gefunden finde ich ja ich bin ja gerade am umziehen eine geschuhe ich weiß auch nicht ob sich die schwierigkeit irgendwie sehr bestimmt je nachdem wie viel spieler man ist oder so das weiß ich nicht da ist was ich komme ich hin okay die ist immun weil das ist ein bär ich habe dann gesagt heißt der runde runde radeleid ja okay ich glaube wir müssen erst die minions von der lady da ist dann auch mal wirklich ich bin auch nicht ich bin auch nicht wütend genug war der lichtiger freigeschalten neuer tipp verteidiger alter was er denn okay das müssen wir aus das geht ein paar gegner ich trete mich einfach ein bisschen dann geht schon gut ich bin verwirrt oder so ja ich auch dann kann man nicht mal endlich knüppeln hier geht doch noch ist alles cool neuer axt primitiver hammer und ich muss jetzt mal mein skill nachgucken weil ich glaube es haben war ja jetzt hat sich bei mir der rest der ganzen leiste irgendwie aufgetan verteidiger jetzt hier könnt ein zusätzlich kläger aufstehen lassen aufwertungen heute haben wir mehr auf stampfen betäubung schlachtruf verbinden ich habe jetzt mal wenn ihr eigentlich ich habe ein baff für uns beide aber ist nur bewegungsgeschwindigkeit das finde ich jetzt ist jetzt nicht so dolle ich bin gerade immer überlegen und die patienten erleben weil ich kann gegner verspotten weil damit haben wir irgendwie kein problem irgendwie kriegst du nicht schaden warte mal alle sechs sekunden hebt die verteidigung die nächste instanz von direkt dem schaden die sie erleiden würden auch okay um erleben so bei der ganzen skill auswahl da müsstest du ja eigentlich immer irgendwie auch die sachen die danach kommen die müsstest du ja alle schon irgendwie schon vorher angucken und dann voraus planen und wieso richtigen bild zu bekommen alle sechs sekunden heben eure skelett verteidiger die nächste instanz von direkt dem schaden die sie erleiden würden auf und das heißen mit den dornen also nicht mehr komplett andere sachen doch hier erhöht eure dornen um drei prozent wenn gegner euch treffen dann leiden sie im verlauf von fünf sekunden zehn prozent dornen schauen also nämlich anlegen wieso so eine art rüstung wenn die gegner ich treffen dann nehmen die schaden man geht verspotten brauche ich nicht schlachtruf aber jetzt war lahm ich glaube einzig mal ich nehme es eisenhaut ich kann meine barriere jetzt erstellen nehmen wir das ihr könnt diese fähigkeit nicht also weil ich mich dadurch heile genau so cool ich glaube dann hier können jetzt mehrere fähigkeiten auswisten also ja ich habe da so eine ganze leiste habe ich da das freut mich dass du mir das auch gesagt habe ich doch gerade gesagt die ganzen leiste hat sich da aufgetan ich war ich war beschäftigt ich glaube die sachen da sind ich habe ja so eine linie hier so eine rote linie habe ich ja mit sich die ganzen fähigkeiten freischalten hier bei den fähigkeiten meine ich weil ich muss zum beispiel vier fertigkeitspunkte ausgeben um die nächste frei zu schalten ich nehme man dafür sind die ja ich habe ich zum beispiel andere skeletten ich habe jetzt verteidiger ja du kannst dann wahrscheinlich so machen hatte deine skelette irgendwie in irgendeiner richtung irgendwie skills naja das kann ich auch machen ich habe ich habe hier zum beispiel jetzt die ersten nicht immer wieder sind trenckler die sind das sind schwer tragende skelettdiener die machen 30 prozent mehr schaden aber haben 15 prozent weniger leben und dann habe ich hier so drei sachen zur verfügung wie die ich noch für die auswählen kann so boni die die hat kann ich mir verteidigen jetzt mal verteidiger genommen und genommen dass die mehr dornen haben war doch immer das heißen ich habe mal guckt ob ich irgendwo dein bild oder so angucken kann also du kannst du inspizieren ja dein charakter ich meine aber so deine fertigkeiten und so anscheinend das geht nicht mehr das ganze nicht das bin jetzt mal ein würdigen wird nämlich dennoch für eine fähigkeit jetzt da rein in phantom von euch stürmt vorwärts greift mit einer sense an und verursacht schaden bevor ich zurück erneut angeheft und 13 prozent 13 schaden verursacht am wolf getötet man fuchs meine ich da sind ja das ja dieser haupt wie und dann sind da noch so drei kleine daran es genau die gegner in reichweite von testen erschaden zu da sind sozusagen so kleine erweiterung zu der fähigkeit die du da ausgewählt hat genau da kannst du die die danach kommt die muss ja immer auswählen oder musst du nicht aber die kannst du auswählen und da muss sich zwischen einen der beiden entscheiden also du kannst nicht beide nehmen kannst kannst du eine von den beiden von den letzten ersten da nehmen ich bin ja damit überlegen das kann ein bisschen dauern werde mal kann ich noch nicht schlecht dann auch den rang von den fähigkeiten erhöhen ja aber ich habe da bis jetzt noch nichts rein gepackt ich habe immer erst die erweiterung genommen also ich habe von jenes gilt den ich bis jetzt habe ich habe auch noch nichts von dem ersten habe ich noch nicht den letzten so eine passive fähigkeit habe ich mir mal irgendwann genommen ja ich bin gleich so weit auf den ersten acht stufen ist die rückerstattung kostenlos wenn ja stufen aufsteigt steigen auch die knoten habe ich nämlich gerade mal gemacht so und zu gucken dann schauen wir sagen dann sind wir heute hier denken die reduktion nicht mehr normaler angriff und das ja also loch kannst du herum experimentieren mit deinen ganzen klamotten jetzt kannst du noch alles und jetzt habe ich auch mal eine volle leiste ist aber nicht ob ich mir das merken kann weil ich da alles hat er ganz ehrlich ich muss mal gucken was dorn bedeutet ich weiß nämlich nicht was das heißen soll ja ich nehme an wenn er angegriffen wäre es dann dem gegner schaden eine logische überlegung ich muss mal einstellen ausprobieren da muss ich erst mal schaden nehmen und man ist gelten nicht egal die heilen sich glaube ich von allein die heilig von alleine die heilen sich von alleine wir sind die durchsichtig wir sind halt geistert skelette genau so aus ich muss warten irgendwie hat mich das ding nicht wissen dass wenn das maximale lebensmeer okay welcher trock level da würde ich jetzt nicht aber müssen wir auch die machen wir sind irgendwie wegen der nebenquest waren wir eine manch bose an meine wache hat sich gegen mich gewandt wollte mich erwürgen bevor ich das bewusstsein verlor konnte ich nur noch über die klippe gehen ich muss nach kio wascher zurück und um eine ritter eskorte bitten bitte bringt diese forderung zum händler fürsten talgun in menestadt mache ich doch gerne hier sind so viele zeichen jetzt hier aufgetaucht da muss man okay wir sind dann sind ja auch irgendwie um links ist zum beispiel in der dungeon oder so ganz schön dicke schaden die sagen von dir ich weiß nicht mal was er kann ich habe ich kann mir gar nicht merken was welche fähigkeit alles kann ganz ehrlich hat immer was man zu questen weiß wie christ mähle stadt auch stadt es ist keine neue stadt dann ja wir sind wieder in der nicht neu hat sich gerade bei mir aufgedeckt auf der karte ok hier sauren ringer und amulette das ist zu teuer ich mich umbringt na du kannst ja jetzt kann man es sogar besser rüstung kaufen 10.000 also geld für waffen und rüstung würde ich mir irgendwie gar nicht ausgeben weil meisten fall kriegt man ja eigentlich schon bessere klamotten das kann wie du sowas von sich gibt was ja recht die schmiede ist ich habe das bricht das hat sind ja waffen ja ist klar da kann ich keine designs von freisch halten damit schon wieder der neue quest müssen wir die heilerin ja man was benötigt er hat sein lager irgendwo beim pass im nordwesten aufgeschlagen bringt mir die edelsteine zurück die er gestohlen hat es wird sich für euch lohnen klar wir bringen dir die edelsteine zurück zwinkert ich schwöre reisend der nächste tasche ja der ist ja schon gesehen ich bin so dankbar ich muss die entsprechenden vorkehrungen treffen bitte entschuldigt mich wie konnte das geschehen ich sollte das nicht halten sollte zurückhaltung zurückhaltung oh ja natürlich macht weiter ist die blutlanze habe ich werfe eine blutlanze die drei sekunden lang in einem gegner verbleibt und alle um betroffenen gegner 52 schaden zufügt hier dringend zum weg punkt ok na sagen wir weiter alles hier nichts zum gehängten mann nicht solange ich in der stadt bin da haben wir da auf zum schlachten jetzt gucke ich unsere karakterie schon weg die waffen ziehen auch wenn keine gegner in der nähe sind zum beispiel stadt verlassen ja klar jetzt wieder irgendwie wenn glaube ich dann etwas auf ja ist da jemand das hat die quest braucht ihr meine hilfe so dunkel und kalt sein geist bleibt großvater hätte mich nach hause bringen sollen er diesen geist oder sieht so aus weil das sind stunden ein park er bewegt sich der geist hat aber wir sollen die begleiten denn 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 ich meine eigenen geist bin ich nicht geworfen ich habe die überl increases ich habe ihn ich werde ein zusches eigentlich ich muss halt immer jemand wir wollen es hat es wird es wird das es wird Nun 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 da them entente ich glaube wir müssen in diesem ring drin bleiben viel spaß aber ja ich bin noch nicht stahl zauberstab da kann ich noch nichts anfangen oder das golden ich glaube dann sollte ich mir mal geben er gibt mir immer wie mache ich das wir sind schwere stiefel wenn man stehen ist nicht mit dir irgendwie ja ich muss ja auch irgendwann anbieten muss ich noch machen nein kein golden zu fallen lassen aber du siehst ja nicht oder kann auch sein okay ich kann ich jetzt was da irgendwie dafür wird anbieten drücker war drei was auch immer bei dir oben der knopf ist bestätigen ich habe jetzt aber irgendwie gar nichts gegeben da ist ein schluss ich glaube ich kann damit nichts mit anfang schwere stiefel war dass du für stiefel dann ich weiß nicht rüstung 60 sagt er bei mir ich habe okay rüstung 40 die stiefel ok die sind nicht besser ich habe eigentlich alles blaue er bei mir weder das gut was mit dem stab ja sehr viel besser soll ich nochmal die passive fähigkeit von meinen einen skil einer meines gelächter ist tot ich habe das ganze schuhe gold das ist eigentlich für ein zeichen so über meinen wo mein level steht das irgendwie so ein so zwei mannequin hier mit so einem fall nach oben zum grünes vertreten hat weil er nicht hier über das heißt da habe ich auch ich weiß nicht weil wir im moment zu zweit und ich habe nicht weiß nicht ob wir alleine das geschafft hätten die eine sache da gerade event da kann sein wird den angreifen weil der schwarze ist eine bombe auf dem rücken ja ich glaube da müssen wir uns kämpfen ja dann eben kollege er hat weh getan ich will die keule einsammeln geht nicht der truhe ich habe den edelständischen eingesammelt besser was fragt wieder bauchfrei wenn ich hier so weit auf den boden schieße ja dieser das fällt hier auf dem boden macht schaden überzeugt hat macht schaden überzeugt das ist vielleicht ganz gut wenn du dich da drin befindet meine mitgegenden kennst und hier macht das kein schnader die macht hat keinen schaden da oh god man geht das auch handschuhe ja die quantität an gegnern kann manchmal ganz schön groß sein habe ich sorge für ich glaube wir sollten ja noch nicht lang gehen weil hier geht schon so richtung hauptquest ja ich weiß gar nicht warum wir überhaupt hier angegangen sind aber in dem typen da oben rechts ist irgendwie noch in der dungeon möchte ich meinen diese gruppe nach verstehen warum der nico mensch als die beste klasse irgendwie in dem spiel bild ja also heißt es anscheinend wenn ich auf der karte gehe und irgendwie auf das symbol von dieser dungeon gehen da steht irgendwie charaktere ich habe buch ich bin das nippel hier steht gerade tötet die ritterjäger ist ja da an der seite ja im anderen bosse oder so hier drei stücke oder so wenn wir dann sind das erst mal erledigt erledigen haben dann kriegen wir eine belohnung anscheinend eine feste belohnung sollte man auf jeden fall machen ich bin dass wir das schaffen ich weiß nicht wie schwer die gehen ohne das schreit er würde mich auch wundern wenn du das weiß der karte gegner kontakt ja ja das kommt ich dachte ja 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 skeletten sind verteidigung die gehen fast drauf in dem kampf hier macht der neue aber jetzt was truhe ich komme ich kann ich weiß ich das spiel macht spaß oder da ja irgendwie schon wir machen wir spielen es bestimmt falsch aber wir machen viel spaß ein kontakt oh gott ich sage ich habe ich habe ich gleich er ist bei dir nicht nur noch fallen lassen vielleicht liegt er ja da ja der ist golden klingt nicht schlecht hat ihn fallen gelassen ich sehe nicht doch er steht schattenhaft doch sehr schattenhaftes gelegt ja das ist ziemlich stark ja dankeschön nice ein kontakt hier sind gegner oder unten auch die lila oder das blaue okay die sogar besser als meine hat du wirst um 100 ich habe die kaputt gedreht ich habe eine ganz einfache strategie wenn er ein gegner ist hau ich einfach noch mal wenn ich dann drehe ich mich einfach funktioniert mein gott es ist noch nicht mal 16 uhr ich bin noch gar nicht so lange dann ist die ganze nacht seit dann ist das zweimal rüster die letzte sind die alles gut ich sehe keine ja ich auch nicht ich habe da gar nicht gemerkt durch die gegend ich muss warten wo ist mir einer von diesen typen die war erledigen müssen wir sind alle gegner die alle sofort auf mich schießen ein bisschen schwer die lebensenergie in auge bleiben zu behalten ich bin so auf den kampf konzentriert ich kann nicht gleichzeitig auf meine lebensenergie gucken und auf die kampf ok hier geht es nicht weiter darauf finde ich jetzt nicht so schwer gegner dann hier sind wir dagegen ja und er hat auch ganz schön viel aus oder seiner von diesen aber sind da ist diese fischer die erledigen müssen sind die bosse die wir erledigen müssen und jetzt mein gott liegt hier viel jetzt holzfäller axtet ist lila das kann doch nicht besser sein als ein schwert oder wenn das nur die leist ja aber ich habe eine andere machen ja stimmt ich habe eine neue krone gewaltige hand axt tatsächlich aus mehr wie eine krone harmonisch jetzt einfaches großschwert gewaltige bein schutz kann sich mal fallen lassen die axt er kann von meiner klasse nicht mehr benutzt werden ich lasse jetzt mal fallen ich brauche das nicht habe ich denn jetzt noch alles aufgehoben das war wieder ein fertigkeitspunkt hier das leben pro sekunde geheilt das klingt doch nicht schlecht ein bisschen schrott fallen da also nicht wundern ist schon wieder voll da ist schon wieder sachen sind alles weiße sachen verkaufen wenn sie da nicht auch geil video in final fantasy 16 daniel viele sachen items und so kriegst ja um sachen aufzurüsten dafür sowieso nicht mag sie ja das ist ja nicht hier so fertig werden die fischer schon getötet und schauen was hat wir vor was für wunder wir in dieser in dieser wunderschönen welt die überhaupt nicht böse und satanistisches hier finden ich glaube die barriere haben wir jetzt ja aufgemacht genau das kann gut sein hier müssen wir lernen wo warte ich hier der big boss bringt die kiste zurück zum protest wir sind wieder gegner in dem raum da einfach drauf wo wir in dem raum wo weiß ich habe die wert gesehen hier da ich habe gerade irgendwie im buch oder so aufgesammelt jetzt bei mir so text ist gehen auf den los aber ich glaube mich dass ich anlangen kann ich habe wie die pferde donnernd auf der straße das kosteln vorbei genau schießt immer ab ich kann nicht vorbei die wildnis stürzen obwohl ich habe eine barriere aha denn was kann sich ein eigenes vielleicht einen alten nicht der sich um sie kümmern kann er weggehen danke wo ist das ein weiter kurzschwert zu sicher dass lila ist oder blau oder ist das blau bei mir sieht dann wird wahrscheinlich blau sein aber dass die übelstile aus der eine warte mir gerade gegeben was man nämlich auch blau ja dann ist das blauer für mich sieht das lila aus wird dann ging im blau sprich mit mir wenn du was gehören das gefundene sicher dies sogar schlechter als mein verwenden kannst du nicht verwenden ich kann ich kann schwerter ächste knüppel hammer dann den lindern wenn denn 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 wenn ein verloren und wenn man neuen dazu die fähigkeit so geil studien ich muss über man kriegt dann immer so voll gechillt einfach nur sagt ich habe nicht genug punkte fließen wenn ich ja gerade irgendwie zehn leute haben abschlachten ich glaube das ist aber wir machen müssen irgendwo ein wichtiger gegenstand fehlt die mechanischen kisten und lief der golden ist ich habe eine riesen zange jetzt ich habe das wege schaue ja ja blau sein aber für mich ist ganz ehrlich wie ich lieber ein bisschen dazu na ja ich war schon auch da war das wert und gefällt noch nicht aber immer ein bisschen zurück die tun immer diese blöden oder liegt ein ring am bogen ja ich habe auch noch kein ring ah wo kommen die denn jetzt her ich bin noch nicht bereit nein ich werde mit hier ist eine kiste hier ist ein ring auch cool der wuster ring hingesehen holzfäller axt widerstand gegen schatten widerstand gegen gift plus zwei maximale wut mal anlegen ich habe nämlich noch keinen ring wusste ich hab ja gerade aufgehoben ja gut relativ übersichtlich jetzt mit der ausrüstung immer wenn ich eine grüne zahl sehe ich weiß ich einfach nur das besser ist was ich jetzt besser ist das wird du jetzt anders muss auch auf die fähigkeit nach versteckt bald wieder auf der farbe kann es eigentlich schon erkennen ob der generell besser ist als das wird du jetzt hast du meinen weißt es ist unwahrscheinlich dass das besser ist als ein watt blaues schild brauche ich glaube ich nicht wirklich benutzt jedenfalls kann ich nehme zum beispiel wegen glaube ich nehmen wir mehr schaden als du wenn die gegner mir zu nahe kommen dann weil ich nicht so hat viel verteidigen hat nämlich man vielleicht auch irgendwie so eine kleine heilfähigkeit oder so was ja ich habe da so eine höhere blut ich habe die chance 20-prozentige chance zu erschaffen es ist natürlich nur eine 20 prozentige chance hier fliegt zum beispiel eine kugel bei mir um die siehst du nicht ne das wird eingesammelt also auch mein schild irgendwie so ein heil dinge da rein gefragt nein schaden es wird hat gegen den gekämpft und kannst allein die kommt schon wieder wir sind aufgelabelt haben die erledigt allein dass du mir gemacht habe ich nämlich zu stein vermeiden soll ich kann nein meine mentale schon wieder voll die zeit zum aussortieren aber gerade ich bin eingefroren aber hat er 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 hat so viele waffen wie ich kann sagen aber ich muss machen ich muss erwarten sagt er während der eingefroren nein wenn ich die kiste einsammelt drei liegenden in 30 sekunden herausforderungen geschlossen wir haben gerade erstaunlich ist er geschafft anscheinend warte mal wie sektor ist beinahe erreicht wird saison reise wie sektor ist beinahe recht steht da und aber ich kann neue skelette auf stufe 12 rufen das habe ich die ganzen bäume schon was will ich denn jetzt noch nicht mehr leben verbesserte test der verbessert ja eben meine peste kann auch gegner verlangen ich nehme mal passive ich bin immer mehr leben oh ja er welchen explosion baby aber jetzt verrägten explodieren die arbeit kannst du aber ich kann ich kann sprengt eine leiche und fügt gegen gegner in der nähe 46 schaden zu klickt doch nicht schlecht ich habe hier eine nette fähigkeit blutnebel das ist so geil gerade habe ich denn da jetzt habe ich schon wieder steht jetzt fängt das schon an mit denen was soll ich nehmen was nicht nicht einfach weitergehen ja dann stehe löst einen blutigen nebel auf und werde drei sekunden lang immun eurer bewegungsgeschwindigkeit zum 20 prozent reduzieren ihr fügt gegnern in regelmäßigen abständen einen schaden zu und halt euch um 0,5 prozent klingt wie die ultimate von von repos und einfach nur so langsam durch die gegend laufen alles um sich herum abschießt mal sehen welche fähigkeiten durch den der verlust werden jetzt auf jeden fall erstmal knochenexplosion sprengt dann waffentechnik ich finde diese zange an meinen rücken so cool und lanze ich habe nicht genug gut wenn der passive fähigkeit oder es hat eine aktive fähigkeit erhöht schaden leben eures gelickiger um 15 ist dann ist hat so eine runde fähigkeit oder ist das ding davon rund ja das sieht rund aus dann ist das glaube ich eine passive habe ich bei mir auch schon genommen habe ich mein maximum leben erhöht habe ich nicht einmal mit dem blutnebel die fügt gegen den regelmäßigen abständen ich liebe so sachen wo schaden über zeit über zeit schaden gemacht wird finde ich richtig cool ok hat aber auch eine ganz schöne abklingt zeit ich bin noch nicht bereit wir müssen noch so eine kiste finden na haben wir noch so geht es ganz richtig so was haben wir hier gerade mal ich muss noch ins gelingen erschaffen ich habe nur drei ich habe gerade gemerkt ich bin da noch irgendwo leichen ganze tropfen muss da sein erweber kommt irgendwie bei dem neuesten modell kommt haben wir irgendwie so die tun ja immer irgendwie so ganz kreative charakter reinpacken irgendwie beim nächsten pass haben die irgendwie omni man vom invincible ja und länder und homeländer kommt ja voll durch die leute ich gehe zwar kein mal gekommen aber da war krass aus nein auch seine zweite wurden verwundert ich habe keine essenz mehr im moment was ja auch heiltränke naja weiß ja ja ich sollte vielleicht blutnebel nicht einsetzen ich habe mal kurz was ändern kann zurückerstatten kostet nur viel gold glaube ich also ich will nur eine angriff fähigkeit dann stütze ich schon ins nächste getümmel ich freue mich eine zweite defensive fähigkeit oder so ausgewählt das problem ist ein angriff ich habe dann kann ich bin außerhalb ich mir ist jetzt die essenz ausgegangen ich drück die ganze zeit nur ein angriff der gar keine essenz kostet aber den habe ich jetzt ausgewechselt durch den blutnebel es gab zwei fähigkeiten da muss ich für einen entscheiden das ist natürlich ein bisschen doof der eine angriff der kostet keine essenz aber der blutnebel ich bin jetzt für jede für jeden knopf den man jetzt zuteilen kann nur eine fähigkeit erst geholt den rest habe ich heißen passive fähigkeiten eingepackt schon klar ich guck mal kurz du kannst ja sowieso nur eine ausrüsten dackel bewährte rüstung passive fähigkeiten sollte ich vielleicht auch mal gucken ja dann erkennt sich mehr aus mit soweit ist nicht das erste heute spiel ich spiele also ein level ab dann kriegen wir wieder eine neue fähigkeitsauswahl guck mal deine die leiche da siehst du das hat gesehen ja ja das ist leichter und ihr lebt doch noch ach die leichen die am wohligen kannst jetzt zum explodieren soll ich da kannst du eine skelette in die luft du gehst dann mit einem vier skeletten da rein die aktie alle luft macht schaden also habe ich gedacht meine die leichen die am boden liegen das ist natürlich auch gut wir schaffen viele leichen im kampf also das macht flächen schaden ich habe schon gerade irgendwo ja und er ist schwer habe ich mehr gemacht ja da sind noch mehr gegner meines gelingen rennen da einfach rein ist das schreie verbinden auch wenn ich so viele feind wenn sie wirklich nein dann wieder genau wird auch zu erfassen ich bin auch nicht warum müssen das schiffen seien ich habe diese spinn auf zwei beinen stangen war fahrdrang 1 erreicht ok was passiert kann wenn uns das tötet gegner anscheinend wir wollen uns nämlich mann und das natur die würde ich da gerade gesprungen teule ist die stärke ok aber leiden also verloren einer soldaten nein besser mit als ohne ja was geht wir haben ja vorbeilaufen und dann bist du dir losgehen du bist unsichtig die wissen schon wer hier der hauptcharakter meine taschen sind voll ja gelbe feuchtlinge ich war auch schon als tot bei den dingen habe ich gegeben hat er gesehen für dich ja net und er sieht wichtig aus und er fiel aus ok ich glaube der wird ein bisschen schwerer noch kein schaden genommen und dann sind denn da was ich glaube ich habe so ein prozess und herren gespielt aber hat die getan die liegen immer wieder welche stecke das spät nicht über die ganze 1 er ging zum spinnen aber auf deiner p ja der angepasst in sich ich weiß gar nicht wie man den aufreicht ich komme da nicht durch da hat er sich selber eingeschwächt ja okay gut dass ich nicht nah an den dran sein muss ja dann später mich immer wieder ein mein schild eingesetzt gleich stück ja blut so raskt da war gut ein prügel noch freigeschaffen aspekt freigeschaltet den ihr ausschüsse eingeprägt werden kann drückt und öffnet die sammlung neben kohle x der macht einzusehen das hat dann einfordern ein fertigkeitspunkt das hat hier noch nicht ich konnte gerade hier irgendwie war einfordern kodex macht blutland verfügt im primärzip pro aufgespießten gegner 15 prozent mehr schaden zu totenbeschwerer das wird für dich irgendwas für dich ist das ich weiß nicht ist eine fähigkeit oder so die jetzt bekommen was ich weiß auch nicht mal fehler ich weiß nicht was ich habe hier im inventar ist nächst schädel habe ich und ich habe fertigkeitsbuch bekommen irgendwo dann ist mir werden in den kodex der macht also ich bin bin untersammlung gegangen und dann kodex der macht und da ist hat irgendwie angezeigt aber was man da irgendwie ob man ob da jetzt immer für dich aktiv ist oder so weiß ich nicht glaubt eine fähigkeit ist wo guckt man nach der sammlung sammlung dann kodex der macht was den sammlung also wenn hat menü öffnet karte sammlung freuen und so ist wenn ich da drückt so da ich über stadt überfordert nämlich gerade dann ich sehe hier hat die xbox irgendwie meine freunde dann gerade karte karte habe ich hier ja bei sammlung hast ja nicht so ein reiter der sammlung ist ja doch ok kodex der macht der blut suchen aspekt kürzlich erhalten ich weiß nicht was wie man das respekt ihr im dungeon findet werden im kodex der macht sucht den okkultisten auf und aspekt den gegenstande zu achten sind so die verzauberung für waffen oder so nehme mich an dann gut sei eine blutlanze fügt den primär ziel pro aufgespitzten gegner fünf sind da sind so waffeneffekte gegen waffen einpacken kann es dann offensiv ich kann jetzt gerade irgendwie nichts machen ich kann das nicht auswählen oder so das hast du ja bei dem okkultisten dann freigestattet da ist so ein typ in der stadt da kannst du ja okay dann kannst du halt irgendwie auf deine waffen packen glaube ich ja ok ok also ich kann damit nichts anfangen ist nur für dich anscheinend ok heute mal hier noch jetzt um drei prozent noch mehr leben na gut dann raus ja also ich kann mir auf den dpd nach unten drücken ich glaube dann komme ich zurück zur stadt oder so ich habe ich habe glatt eine rückerstattung macht etwa ich will auch machen er war mal gut dann er hat kann jetzt ein bisschen haus ja alles gilt zurückerstattet ja alles gerückt erstattet ich wollte nur ein ding zurückerstatten das ist nervig